Der Heidelberger Katechismus Erster Teil Einleitung Frage 1 Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort Dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines treuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin, der mit seinem teuren Blute für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, mir auch alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum versichert er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich von Herzen willig und bereit, von nun an ihm zu leben. Frage 2 Wie viele Stücke sind dir nötig zu wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Antwort Wie groß meine Sünde und mein Elend ist, zum anderen, wie ich von allen meinen Sünden und meinem Elend erlöst werde und zum dritten, wie ich Gott für diese Erlösung danken soll. Zweiter Teil Von des Menschen Elend Frage 3 Woher erkennst du dein Elend? Antwort Aus dem Gesetz Gottes Frage 4 Was erfordert denn das göttliche Gesetz von uns? Antwort Dies lehrt uns Christus in einer Summe in Matthäus Kapitel 22 Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von ganzer Kraft lieben. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist demgleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Frage 5 Kannst du dies alles vollkommen halten? Antwort Nein Denn ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Frage 6 Hat denn Gott den Menschen böse und verkehrt erschaffen? Antwort Nein Sondern Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Damit er Gott seinen Schöpfer erkennt und von Herzen liebt und in ewiger Seligkeit mit ihm lebt, um ihn zu loben und zu preisen. Frage 7 Woher kommt denn die verdorbene Art des Menschen? Antwort Aus dem Fall und Ungehorsam unserer ersten Eltern, Adam und Eva im Paradies, wodurch unsere Natur so vergiftet worden ist, dass wir alle in Sünden empfangen und geboren werden. Frage 8 Sind wir aber dermaßen verdorben, dass wir ganz und gar untüchtig sind zu allem Guten und geneigt zu allem Bösen? Antwort Ja Es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Frage 9 Tut denn Gott dem Menschen nicht Unrecht, dass er in seinem Gesetz von ihm fordert, was er nicht tun kann? Antwort Nein Denn Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte. Der Mensch aber hat sich und alle seine Nachkommen durch mutwilligen Ungehorsam auf die Anstiftung des Teufels hin dieser Gaben beraubt. Frage 10 Will Gott solchen Ungehorsam und Abfall ungestraft bleiben lassen? Antwort Mitnichten Sondern er zürnt schrecklich über beides, über angeborene und wirkliche Sünden. Und er will sie aus gerechten Urteil zeitlich und ewig strafen, wie er gesprochen hat. Verflucht sei jedermann, der nicht in all dem bleibt, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben steht, dass er es tue. Dritter Teil Von des Menschen Erlösung Frage 11 Ist denn Gott nicht auch barmherzig? Antwort Gott ist wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht. Deshalb erfordert seine Gerechtigkeit, dass die Sünde, die gegen die allerhöchste Majestät Gottes begangen ist, auch mit der höchsten, das heißt der ewigen Strafe an Leib und Seele gestraft werde. Frage 12 Wenn wir denn nach dem gerechten Urteil Gottes zeitliche und ewige Strafe verdient haben, wie können wir dieser Strafe entgehen und wieder seine Gnade erlangen? Antwort Gott will, dass seiner Gerechtigkeit Genugtuung geschehe. Deshalb müssen wir diese Genugtuung entweder selber leisten oder durch einen anderen vollkommen bezahlen. Frage 13 Können wir aber selbst diese Bezahlung leisten? Antwort Nein Sondern wir machen auch die Schuld noch täglich größer. Frage 14 Kann aber irgendeine bloße Kreatur für uns bezahlen? Antwort Nein Denn erstens will Gott an keiner anderen Kreatur strafen, was der Mensch verschuldet hat. Zweitens kann auch keine bloße Kreatur die Last des ewigen Zornes Gottes wieder die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Frage 15 Was für ein Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Antwort Einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Kreaturen, das heißt zugleich wahrer Gott ist. Frage 16 Warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Antwort Weil die Gerechtigkeit Gottes erfordert, dass die menschliche Natur, die gesündigt hat, für die Sünde bezahlt, aber einer, der selbst ein Sünder wäre, nicht für andere bezahlen könnte. Frage 17 Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Antwort Damit er aus der Kraft seiner Gottheit die Last des Zornes Gottes an seiner Menschheit ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben kann. Frage 18 Wer ist aber dieser Mittler, der zugleich wahrer Gott und ein wahrer, gerechter Mensch ist? Antwort Unser Herr Jesus Christus, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. Frage 19 Woher weißt du das? Antwort Aus dem heiligen Evangelium, welches Gott selbst im Anfang im Paradies geoffenbart hat, durch die heiligen Erzväter und Propheten verkündigen ließ und durch die Opfer und andere Zeremonien des Gesetzes vorgebildet hat. Zuletzt ließ er es aber durch seinen geliebten Sohn erfüllen. Frage 20 Werden denn alle Menschen wieder durch Christus selig, wie sie durch Adam alle verloren gingen? Antwort Nein Sondern alleine die, die durch wahren Glauben ein Leib mit ihm werden und alle seine Wohltaten annehmen. Frage 21 Was ist wahrer Glaube? Antwort Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, Sondern auch ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, dass nicht allein anderen, sondern auch mir, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus Gnade, allein wegen des Verdienstes Christi. Frage 22 Was ist aber für einen Christen zu glauben notwendig? Antwort Alles, was uns im Evangelium verheißen wird, welches uns die Artikel unseres allgemeinen, unbezweifelten christlichen Glaubens in einer Summe lehren. Wo finden wir diesen Hauptinhalt des Evangeliums? In den zwölf Artikeln unseres allgemeinen, unbezweifelten christlichen Glaubens. Dieses Bekenntnis wird auch das apostolische Glaubensbekenntnis genannt. Nicht, weil es von den zwölf Aposteln verfasst ist, sondern weil es die Lehre der Apostel enthält. Frage 23 Wie lauten dieselben? Antwort Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren aus Maria, der Jungfrau. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzet zu der Rechten Gottes des Allmächtigen Vater, von wo er kommen wird, die Lebendigen und die Toten zu richten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige, allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Frage 24 Wie werden diese Artikel eingeteilt? Antwort In drei Teile Der erste ist von Gott, dem Vater, und unserer Erschaffung. Der zweite von Gott, dem Sohn, und unserer Erlösung. Der dritte von Gott, dem Heiligen Geist, und unserer Heiligung. Frage 25 Wenn es nur ein einziges göttliches Wesen ist, warum nennst du dann drei den Vater, Sohn und Heiligen Geist? Antwort Darum, weil sich Gott so in seinem Wort offenbart hat, dass diese drei unterschiedlichen Personen der einige, wahrhaftige, ewige Gott sind. Vierter Teil Von Gott, dem Vater Frage 26 Was glaubst du, wenn du sprichst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde? Antwort Er wird mich mit allem, was ich an Leib und Seele brauche, versorgen und alles Übel, das er mir in diesem Jammertal zuschickt, so wenden, dass es gut für mich ist, weil er es als ein allmächtiger Gott tun kann und als ein treuer Vater auch tun will. Frage 27 Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Antwort Die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde, samt allen Kreaturen mit seiner Hand noch erhält, und so regiert, das Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles, nicht von ungefähr, sondern aus seiner väterlichen Hand zu uns kommt. Frage 28 Was für Nutzen bekommen wir aus der Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Antwort Fünfter Teil Von Gott dem Sohn Frage 29 Warum wird der Sohn Gottes, Jesus, das ist Seligmacher, genannt? Antwort Weil er uns selig macht von unseren Sünden und weil bei keinem anderen eine Seligkeit zu suchen und zu finden ist. Frage 30 Glauben denn die auch an den einen Seligmacher Jesus, die ihre Seligkeit und ihr Heil bei Heiligen, bei sich selbst oder anderswo suchen? Antwort Nein Sondern sie verleugnen mit der Tat den einen Seligmacher und Heiland Jesus, auch wenn sie sich seiner rühmen. Denn entweder ist Jesus kein vollkommener Heiland, oder die, die diesen Heiland mit wahren Glauben annehmen, müssen alles in ihm haben, was sie zu ihrer Seligkeit brauchen. Frage 31 Warum ist er Christus, das ist ein Gesalbter, genannt? Antwort Weil er von Gott dem Vater verordnet und mit dem Heiligen Geist gesalbt ist zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns den heimlichen Rat und Willen Gottes von unserer Erlösung vollkommen offenbart. Und zu unserem einzigen Hohenpriester, der uns mit dem einzigen Opfer seines Leibes erlöst hat und immer mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Und zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Frage 32 Warum aber wirst du ein Christ genannt? Antwort Weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und also Anteil an seiner Salbung habe, damit auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm zu einem lebendigen Dankopfer darbringe und mit freiem Gewissen in diesem Leben wieder die Sünde und den Teufel streite und danach in Ewigkeit mit ihm über alle Kreaturen herrsche. Frage 33 Warum heißt er Gottes eingeborener Sohn, wenn wir doch auch Gottes Kinder sind? Antwort Weil Christus allein der ewige, natürliche Sohn Gottes ist, wir aber um seinen Willen aus Gnaden als Kinder Gottes angenommen wurden. Frage 34 Warum nennst du ihn unseren Herrn? Antwort Weil er uns mit Leib und Seele, von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels, nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem teuren Blut, ihm zum Eigentum erlöst und erkauft hat. Frage 35 Was heißt es, dass er empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria? Antwort Dass der ewige Sohn Gottes, der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt, menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria durch Wirkung des Heiligen Geistes an sich genommen hat, auf dass er auch der wahre Same Davids sei, seinen Brüdern in allem außer der Sünde gleich. Frage 36 Was für Nutzen bekommst du aus der heiligen Empfängnis und Geburt Jesu? Antwort Dass er unser Mittler ist und mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit meine Sünde, in der ich empfangen wurde, vor Gottes Angesicht bedeckt. Frage 37 Was verstehst du durch das Wörtlein gelitten? Antwort Dass er an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, besonders aber am Ende, den Zorn Gottes wieder die Sünde des ganzen menschlichen Geschlechts getragen hat, damit er mit seinem Leiden als dem einzigen Sühneopfer unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis erlöste und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erwürbe. Frage 38 Warum hatte er unter dem Richter Pontius Pilatus gelitten? Antwort Damit er unschuldig unter dem weltlichen Richter verdammt würde und uns damit von dem strengen Urteil Gottes, das über uns ergehen sollte, befreite. Frage 39 Ist es etwas mehr, dass er gekreuzigt wurde, als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre? Antwort Ja, denn dadurch bin ich gewiss, dass er den Fluch, der auf mir lag, auf sich geladen hat, weil der Kreuzestod von Gott verflucht war. Frage 40 Warum hat Christus den Tod erleiden müssen? Antwort Weil wegen der Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes nicht anders für unsere Sünde bezahlt werden konnte, als durch den Tod des Sohnes Gottes. Frage 41 Warum ist er begraben worden? Antwort Um damit zu bezeugen, dass er wahrhaftig gestorben ist. Frage 42 Weil denn Christus für uns gestorben ist, wie kommt's, dass wir auch sterben müssen? Antwort Unser Tod ist nicht eine Bezahlung für unsere Sünde, sondern nur ein Absterben der Sünden und Eingang zum ewigen Leben. Frage 43 Was bekommen wir noch für Nutzen aus dem Opfer und Tod Christi am Kreuz? Antwort Dass durch seine Kraft unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt, getötet und begraben wird, damit die bösen Lüste des Fleisches nicht mehr in uns regieren, sondern wir uns selbst ihm zur Danksagung aufopfern. Frage 44 Warum folgt abgestiegen zu der Hölle? Antwort Damit ich in meinen höchsten Anfechtungen versichert bin, mein Herr Christus habe mich durch seine unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken, die er auch an seiner Seele am Kreuz und zuvor erlitt, von der höllischen Angst und Pein erlöst. Frage 45 Was nützt uns die Auferstehung Christi? Antwort Erstens hat er durch seine Auferstehung den Tod überwunden, damit er uns Anteil an der Gerechtigkeit, die er uns durch seinen Tod erworben hat, geben kann. Zum Zweiten werden auch wir schon jetzt durch seine Kraft zu einem neuen Leben erweckt. Und zum Dritten ist uns die Auferstehung Christi ein sicheres Pfand unserer seligen Auferstehung. Frage 46 Wie verstehst du, dass er gen Himmel gefahren ist? Antwort Dass Christus vor den Augen seiner Jünger von der Erde gen Himmel aufgefahren ist und für uns dort ist, bis er wiederkommt, die Lebendigen und die Toten zu richten. Frage 47 Ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt, wie er es uns verheißen hat? Antwort Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Nach seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht auf Erden, aber nach seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weicht er niemals von unserer Seite. Frage 48 Werden aber mit der Weise die zwei Naturen in Christo nicht voneinander getrennt, wenn die Menschheit nicht überall ist, wo die Gottheit ist? Antwort Nein. Denn weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, so muss folgen, dass sie wohl außerhalb ihrer angenommenen Menschheit und dennoch nichtsdestoweniger auch in ihr ist und persönlich mit ihr vereinigt bleibt. Frage 49 Was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Antwort Erstens, dass er im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters unser Fürsprecher ist. Zum anderen, dass wir unser Fleisch im Himmel zu einem sicheren Pfand haben, dass er als das Haupt uns, seine Glieder, auch zu sich hinaufnehmen wird. Zum dritten, dass er uns seinen Geist zum Gegenpfand herabsendet, durch dessen Kraft wir suchen, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes und nicht, was auf Erden ist. Frage 50 Warum wird hinzugesetzt, dass er zur Rechten Gottes sitzt? Antwort Weil Christus darum gen Himmel gefahren ist, dass er sich selber als das Haupt seiner christlichen Kirche erweise, durch das der Vater alles regiert. Frage 51 Was nützt uns diese Herrlichkeit unseres Hauptes Christi? Antwort Erstens, dass er durch seinen Heiligen Geist in uns seine Glieder, die himmlischen Gaben, ausgießt. Zum Zweiten, dass er uns mit seiner Gewalt wieder alle Feinde schützt und erhält. Frage 52 Was tröstet dich die Wiederkunft Christi zu richten die Lebenden und die Toten? Antwort Dass ich in aller Trübsal und Verfolgung mit aufgerichtetem Haupt eben des Richters, der sich zuvor dem Gericht Gottes für mich dargestellt und allen Fluch von mir weggenommen hat, aus dem Himmel sicher bin, dass er alle seine und meine Feinde in die ewige Verdammnis werfe, mich aber und alle Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehme. Sechster Teil Von Gott, dem Heiligen Geist Frage 53 Was glaubst du vom Heiligen Geist? Antwort Erstens, dass er genauso ewiger Gott ist wie der Vater und Sohn. Zum Zweiten, dass er auch mir gegeben ist, mich durch einen wahren Glauben Christi und aller seiner Wohltaten teilhaftig macht, mich tröstet und bei mir bleiben wird bis in Ewigkeit. Frage 54 Was glaubst du von der heiligen, allgemeinen christlichen Kirche? Antwort Dass der Sohn Gottes aus dem ganzen menschlichen Geschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und sein Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammle, schütze und erhalte und dass ich als ein lebendiges Glied ihr angehöre und ewig bleiben werde. Frage 55 Was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? Antwort Erstens, dass alle Gläubigen als Glieder an dem Herrn Christus und allen seinen Schätzen und Gaben Gemeinschaft haben. Zum anderen, dass ein jeder seine Gaben zu nutzen und Heil der anderen Glieder willig und mit Freuden einzusetzen sich schuldig wissen soll. Frage 56 Was glaubst du von der Vergebung der Sünden? Antwort Dass Gott um der Genugtuung Christi willen aller meiner Sünden auch der sündigen Natur mit der ich mein Leben lang zu streiten habe nicht mehr gedenken will sondern mir die Gerechtigkeit Christi aus Gnaden schenkt dass ich nicht ins Gericht kommen soll. Frage 57 Was tröstet dich die Auferstehung des Fleisches? Antwort Dass nicht allein meine Seele nach diesem Leben zu Christus ihrem Haupt genommen wird sondern auch dass mein Fleisch durch die Kraft Christi auferweckt wieder mit meiner Seele vereinigt und dem herrlichen Leib Christi gleichförmig werden soll Frage 58 Was tröstet dich der Artikel vom ewigen Leben? Antwort Dass ich nachdem ich schon jetzt den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen empfinde ich nach diesem Leben vollkommene Seligkeit besitzen werde die kein Auge gesehen kein Ohr gehört hat und die in keines Menschen Herz je gekommen ist Gott ewig preisen werde siebter Teil von der Rechtfertigung Frage 59 Was hilft es dir aber nun wenn du dies alles glaubst? Antwort Dass ich in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens bin Frage 60 Wie bist du gerecht vor Gott? Antwort Allein durch den wahren Glauben in Jesum Christum Das obwohl mich mein Gewissen anklagt dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines von ihnen je gehalten habe Ja auch noch immer zu allem Bösen geneigt bin Doch Gott ohne all meine Verdienste mir aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung Gerechtigkeit Gerechtigkeit Heiligkeit Christi schenkt und anrechnet als hätte ich nie eine Sünde begangen oder gehabt und selbst all den Gehorsam vollbracht den Christus für mich geleistet hat wenn 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 allein diese Gnade mit gläubigem Herzen annehme Frage 61 Warum sagst du dass du allein durch den Glauben gerecht bist Antwort nicht damit ich wegen der Würdigkeit meines Glaubens Gott gefalle sondern darum dass allein die Genugtuung Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi meine Gerechtigkeit vor Gott ist und ich sie nicht anders als allein durch den Glauben annehmen und mir aneignen kann Frage 62 Warum können aber unsere guten Werke nicht die Gerechtigkeit vor Gott oder ein Stück von ihr sein Antwort weil die Gerechtigkeit die vor Gottes Gericht bestehen soll durchaus vollkommen und dem göttlichen Gesetz ganz gleichförmig sein muss und auch unsere besten Werke in diesem Leben sind alle unvollkommen und mit Sünden befleckt Frage 63 Verdien aber unsere guten Werke nichts wenn sie doch Gott in diesem und dem zukünftigen Leben belohnen will Antwort Diese Belohnung geschieht nicht aus Verdienst sondern aus Gnaden Frage 64 Macht aber diese Lehre nicht sorglose und verruchte Leute Antwort Nein denn es ist unmöglich dass die die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind nicht Frucht der Dankbarkeit bringen sollen Achter Teil Von den Heiligen Sakramenten Frage 65 Wenn denn allein der Glaube uns teilhaben lässt an Christus und alle seine guten Gaben woher kommt solcher Glaube Antwort Der Heilige Geist wirkt ihn in unseren Herzen durch die Predigt des Heiligen Evangeliums und bestätigt ihn durch den Gebrauch der Heiligen Sakramente Frage 66 Was sind Sakramente? Antwort Es sind sichtbare Heilige Wahrzeichen und Siegel von Gott dazu eingesetzt dass er uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums umso besser zu verstehen hilft und versiegle nämlich dass er uns wegen des einzigen Opfers Christi am Kreuz vollbracht Vergebung der Sünden und ein ewiges Leben aus Gnaden schenke Frage 67 Sind denn beide das Wort und die Sakramente dahin gerichtet dass sie unseren Glauben auf das Opfer Jesu Christi am Kreuz als auf den einzigen Grund unserer Seligkeit weisen Antwort ja freilich denn der Heilige Geist lehrt im Evangelium und bestätigt durch die heiligen Sakramente dass unsere ganze Seligkeit in dem einzigen Opfer Christi steht das für uns am Kreuz geschehen ist Frage 68 Wie viele Sakramente hat Christus im Neuen Testament eingesetzt? Antwort 2 Die Heilige Taufe und das Heilige Abendmahl Neunter Teil Von der Heiligen Taufe Frage 69 Wie wirst du in der Heiligen Taufe erinnert und versichert dass das einzige Opfer Christi am Kreuz dir zugute kommt? Antwort Dadurch dass Christus dieses äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen hat dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist von der Unreinigkeit meiner Seele das ist von allen meinen Sünden gewaschen sei so gewiss ich äußerlich mit dem Wasser das die Unsauberkeit des Leibes wegzunehmen pflegt gewaschen bin Frage 70 Was heißt mit dem Blut und Geist Christi gewaschen sein Antwort Es heißt Vergebung der Sünden von Gott aus Gnaden haben um des Blutes Christi willen das er in seinem Opfer am Kreuz für uns vergossen hat weiter bedeutet es durch den Heiligen Geist erneuert und zu einem Glied Christi geheiligt sein damit wir je länger je mehr der Sünde absterben und in einem gottseligen und sträflichen Leben wandeln Frage 71 Wo hat Christus verheißen dass wir so gewiss mit seinem Blut und Geist wie mit dem Taufwasser gewaschen sind Antwort In der Einsetzung der Taufe die lautet Geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Wer da glaubet und getauft wird der wird selig werden Wer aber nicht glaubet der wird verdammt werden Diese Verheißung wird auch wiederholt da die Schrift die Taufe das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden nennt Frage 72 Ist denn das äußerliche Wasserbad die Abwaschung der Sünden selbst Antwort Nein denn allein das Blut Christi und der Heilige Geist reinigt uns von allen Sünden Frage 73 Warum nennt denn der Heilige Geist die Taufe das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden Antwort Gott redet so nicht ohne große Ursache nämlich nicht allein damit er uns dadurch lehren will dass wie die Unsauberkeit des Leibes durch das Wasser auch unsere Sünden durch das Blut und den Geist Christi hinweggenommen werden sondern vielmehr damit er uns durch dieses göttliche Pfand und Wahrzeichen versichern will dass wir so wahrhaftig von unseren Sünden geistlich gewaschen sind wie wir mit dem leiblichen Wasser gewaschen werden Frage 74 Soll man auch die jungen Kinder taufen antwort Ja wie es im Alten Testament durch die Beschneidung geschehen ist an deren Stelle im Neuen Testament die Taufe eingesetzt ist Zehnter Teil Vom Heiligen Abendmahl Frage 75 Wie 1. Dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen sei, wie ich mit Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gereicht wird. 2. Dass er selbst, meine Seele, mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speise und tränke, wie ich aus der Hand des Dieners das Brot und den Kelch des Herrn empfange und genieße, die mir als sichere Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. Frage 76 Was heißt, den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken? Antwort Es heißt nicht allein mit gläubigen Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi annehmen und dadurch Vergebung der Sünden und ewiges Leben bekommen, Sondern auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem gesegneten Leib mehr und mehr vereinigt werden, damit wir, obwohl er im Himmel und wir auf Erden sind, doch Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein sind und von einem Geist, wie die Glieder unseres Leibes von einer Seele, ewig leben und regiert werden. Frage 77 Wo hat Christus verheißen, dass er die Gläubigen so gewiss mit seinem Leib und Blut Speise und Tränke, wie sie von diesem gebrochenen Brot essen und von diesem Kelch trinken? Antwort In der Einsetzung des Abendmahls, welches so lautet Unser Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach, Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Diese Verheißung wird auch wiederholt durch Paulus, da er spricht Der Kelch der Danksagung, damit wir Dank sagen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Frage 78 Wird denn aus Brot und Wein der wesentliche Leib und das wesentliche Blut Christi? Antwort Nein. Sondern wie das Wasser in der Taufe nicht in das Blut Christi verwandelt oder die Abwaschung der Sünden selbst wird, da es nur ein göttliches Wahrzeichen dafür ist, so wird auch das heilige Brot im Abendmahl nicht der Leib Christi selbst, obwohl es nach Art und Brauch der Sakramente der Leib Christi genannt wird. Frage 79 Warum nennt denn Christus das Brot seinen Leib und den Kelch sein Blut oder das Neue Testament in seinem Blut und Paulus die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu Christi? Antwort Christus redet so nicht ohne große Ursache, nämlich, weil er uns nicht allein damit lehren will, dass so wie Brot und Wein das zeitliche Leben erhalten, so sei auch sein gekreuzigter Leib und vergossenes Blut die wahre Speise und Trank unserer Seelen zum ewigen Leben, sondern will er uns durch diese sichtbaren Zeichen und Pfand versichern, dass wir so wahrhaftig seines Leibes und Blutes durch die Wirkung des Heiligen Geistes teilhaftig werden, wie wir diese heiligen Wahrzeichen mit dem leiblichen Mund zu seinem Gedächtnis empfangen und dass all sein Leiden und Gehorsam so gewiss unser Eigen sei, als hätten wir selbst in unserer eigenen Person alles gelitten und genug getan. Frage 80 Was ist für ein Unterschied zwischen dem Abendmahl des Herrn und der päpstlichen Messe? Antwort Das Abendmahl bezeugt uns, dass wir vollkommene Vergebung aller unserer Sünden haben durch das einzige Opfer Jesu Christi, das er selbst einmal am Kreuz vollbracht hat und dass wir durch den Heiligen Geist Christo eingeleibt werden, der jetzt mit seinem wahren Leib im Himmel zu Rechten des Vaters ist und dort angebetet werden will. Die Messe aber lehrt, dass die Lebendigen und die Toten nicht durch das Leiden Christi Vergebung der Sünden haben, es sei denn, dass Christus noch täglich für sie von den Messpriestern geopfert werde und dass Christus leiblich unter der Gestalt des Brotes und Weines sei und deshalb darin angebetet werden soll. Und so ist die Messe im Grund nichts anderes als die Verleugnung des einzigen Opfers und Leidens Jesu Christi und eine vermaledeite Abgötterei. Frage 81 Wer soll zu dem Tisch des Herrn kommen? Antwort Die sich selbst um ihrer Sünde willen missfallen und doch vertrauen, dass ihnen verziehen und die übrige Schwachheit mit dem Leiden und Sterben Christi bedeckt sei, die es auch mehr und mehr begehren, ihren Glauben zu stärken und ihr Leben zu bessern. Die Unbußfertigen aber und Heuchler essen und trinken sich selbst das Gericht. Frage 82 Sollen aber zu diesem Abendmahl auch die zugelassen werden, die sich mit ihrem Bekenntnis und Leben als Ungläubige und Gottlose erweisen? Antwort Nein Denn so wird der Bund Gottes geschmäht und sein Zorn über die ganze Gemeinde gereizt. Deshalb ist die christliche Kirche schuldig, nach der Ordnung Christi und seiner Apostel solche Menschen bis zur Besserung ihres Lebens durch das Amt der Schlüssel auszuschließen. Frage 83 Was ist das Amt der Schlüssel? Antwort Die Predigt des Heiligen Evangeliums und die christliche Bußzucht, durch die das Himmelreich den Gläubigen aufgeschlossen und den Ungläubigen zugeschlossen wird? Frage 84 Wie wird das Himmelreich durch die Predigt des Heiligen Evangeliums auf- und zugeschlossen? Antwort Dadurch, dass nach dem Befehl Christi allen und jeden Gläubigen verkündigt und öffentlich bezeugt wird, dass ihnen so oft sie die Verheißung des Evangeliums mit wahrem Glauben annehmen, wahrhaftig alle ihre Sünden von Gott um des Verdienstes Christi willen vergeben sind. Auf der anderen Seite allen Ungläubigen und Heuchlern, dass der Zorn Gottes und die ewige Verdammnis auf ihnen liegt, solange sie sich nicht bekehren. Nach dem Zeugnis des Evangeliums will Gott über beide in diesem und dem zukünftigen Leben urteilen. Frage 85 Wie wird das Himmelreich zu- und aufgeschlossen durch die christliche Bußzucht? Antwort Dadurch, dass nach dem Befehl Christi diejenigen, die unter dem christlichen Namen unchristliche Lehre oder Wandel führen, nachdem sie etliche Male brüderlich ermahnt sind und von ihren Irrtümern und Lastern nicht abstehen, der Kirche oder denen, die von der Kirche dazu verordnet sind, angezeigt, und wenn sie sich um diese Ermahnung auch nicht kehren, von ihnen durch Verbot der heiligen Sakramente aus der christlichen Gemeinde und von Gott selbst aus dem Reich Christi ausgeschlossen werden. Sie werden wieder als Glieder Christi und der Kirche angenommen, wenn sie wahre Besserung verheißen und zeigen. Elfter Teil Von der Dankbarkeit Frage 86 Wenn wir aus unserem Elend ohne all unseren Verdienst aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Antwort Weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erzeigen und er durch uns gepriesen werde. Aber auch, damit wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss sein und mit unserem gottseligen Wandel unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Frage 87 Können denn die nicht selig werden, die sich von ihrem undankbaren, unbußfertigen Wandel zu Gott nicht bekehren? Antwort Keineswegs Denn die Schrift sagt Kein Unkeuscher, Abgöttischer, Ehebrecher, Dieb, Geiziger, Trunkenbold, Lästerer, Räuber und dergleichen wird das Reich Gottes ererben. Frage 88 In wieviel Stücken besteht die wahrhaftige Buße und Bekehrung des Menschen? Antwort In zwei Stücken In der Absterbung des Alten und Auferstehung des Neuen Menschen. Frage 89 Was ist die Absterbung des Alten Menschen? Antwort Sich die Sünde von Herzen Leid sein lassen und sie je länger, je mehr hassen und fliehen. Frage 90 Was ist die Auferstehung des Neuen Menschen? Antwort Herzliche Freude in Gott durch Christus und Lust und Liebe haben nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Frage 91 Welches sind aber gute Werke? Antwort Allein die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zu Ehren geschehen und nicht die auf unser Gutdünken oder Menschensatzung gegründet sind. Frage 92 Wie lautet das Gesetz des Herrn? Antwort Gott redete also diese Worte 2. Mose 20 die Verse 1 bis 17 Und Gott redete alle diese Worte und sprach Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote erhalten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, die gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Frage 93 Wie werden diese Gebote eingeteilt? Antwort In zwei Tafeln, von denen die erste in vier Geboten lehrt, wie wir uns gegen Gott verhalten sollen. Die andere lehrt in sechs Geboten, was wir unserem Nächsten schuldig sind. Frage 94 Was fordert der Herr im ersten Gebot? Antwort Dass ich bei Verlust meines Seelenheils und meiner Seligkeit alle Abgötterei, Zauberei, abergläubische Segen, Anrufung der Heiligen oder anderen Kreaturen meiden und fliehen soll und den einigen, wahren Gott, Recht erkennen, ihm allein vertrauen, in aller Demut und Geduld von ihm allein alles Gute erwarten und ihn von ganzem Herzen lieben, fürchten und ehren soll, so dass ich eher aller Kreatur preisgebe, als in dem Geringsten wieder seinen Willen handele. Frage 95 Was ist Abgötterei? Antwort Anstatt des einzigen, wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm etwas anderes stellen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Frage 96 Was will Gott im zweiten Gebot? Antwort Dass wir Gott unter keinen Umständen abbilden, noch auf irgendeine andere Weise, als er es in seinem Wort befohlen hat, verehren. Frage 97 Soll man denn gar kein Bildnis machen? Antwort Gott kann und soll keineswegs abgebildet werden. Die Kreaturen aber dürfen abgebildet werden. Doch verbietet Gott, die Bilder zu machen oder zu besitzen, damit man sie verehre oder ihm damit diene. Frage 98 Mögen aber nicht die Bilder als der Laienbücher in den Kirchen geduldet werden? Antwort Nein, denn wir sollen nicht weiser sein als Gott, der seine Christenheit nicht durch stumme Götzen, sondern durch die lebendige Predigt seines Wortes unterwiesen haben will. Frage 99 Was will das dritte Gebot? Antwort Dass wir nicht allein mit Fluchen oder mit falschem Eid, sondern auch mit unnötigen Schwören die Namen Gottes nicht lästern oder missbrauchen, noch uns mit unserem Stillschweigen und Zusehen solcher schrecklichen Sünden teilhaftig machen. Und in der Summe, dass wir den heiligen Namen Gottes nicht anders als mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen, damit er von uns recht bekannt, angerufen und in allen unseren Worten und Werken gepriesen werde. Frage 100 Ist denn mit Schwören und Fluchen Gottes Namen lästern eine so schwere Sünde, dass Gott auch über die zürnt, die so viel an ihnen ist, dieselbe nicht wehren und verbieten? Antwort Ja, freilich, denn keine Sünde ist größer noch gottheftiger erzürnt als die Lästerung seines Namens. Darum hat er auch befohlen, sie mit dem Tode zu strafen. Frage 101 Darf man aber gottselig bei dem Namen Gottes einen Eid schwören? Antwort Ja, wenn es die Obrigkeit von ihren Untertan oder sonst die Not erfordert, Treue und Wahrheit zu Gottes Ehre und des Nächsten Heil dadurch zu erhalten und zu fördern. Denn solch ein Schwören ist in Gottes Wort begründet und deshalb von den Heiligen im Alten und Neuen Testament Recht gebraucht worden. Frage 102 Darf man auch bei den Heiligen oder anderen Kreaturen einen Eid schwören? Antwort Nein. Denn ein rechtmäßiger Eid ist eine Anrufung Gottes, dass er als der Einzige Herzenskündiger die Wahrheit bezeugen wolle und mich strafe, wenn ich falsch schwöre. Diese Ehre gebührt keiner Kreatur. Frage 103 Was will Gott im vierten Gebot? Antwort Zum ersten will Gott, dass das Predigtamt und die Schulen erhalten werden und ich besonders am Feiertag regelmäßig zur Gemeinde Gottes komme, um das Wort Gottes zu lernen, die heiligen Sakramente zu gebrauchen, den Herrn öffentlich anzurufen und das christliche Almosen zu geben. Zum zweiten will er, dass ich alle Tage meines Lebens von meinen bösen Werken ablasse, den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lasse und so den ewigen Sabbat in diesem Leben anfange. Frage 104 Was will Gott im fünften Gebot? Antwort Dass ich meinem Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe und Treue beweise und mich aller guten Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam unterwerfe und auch mit ihren Gebrechen Geduld habe, weil uns Gott durch ihre Hand regieren will. Frage 105 Was will Gott im sechsten Gebot? Antwort Dass ich meine Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden, viel weniger mit der Tat durch mich selbst oder andere schmähen, hassen, beleidigen oder töten soll, sondern alle Rachsucht ablege. Zum anderen verlangt dieses Gebot, dass ich mich nicht selbst verletzen oder mutwillig in Gefahr begeben soll. Deshalb hat auch die Obrigkeit das Schwert, um dem Totschlag zu wehren. Frage 106 Redet dieses Gebot allein vom Töten? Antwort Nein, sondern Gott will uns durch das Verbot des Totschlags lehren, dass er die Wurzel des Totschlags, also Neid, Hass, Zorn, Rachgier, hasst und dass dieses alles vor ihm ein heimlicher Totschlag ist. Frage 107 Ist es aber genug, dass wir unsere Nächsten wie verlangt nicht töten? Antwort Nein. Denn dadurch, dass Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, will er von uns haben, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst, gegen ihn Geduld, Friede, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit zeigen, seinen Schaden, so weit es für uns möglich ist, abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Frage 108 Was will das siebente Gebot? Antwort Dass alle Unkeuschheit von Gott verflucht ist und dass wir ihr darum von Herzen Feind sein und keusch und züchtig leben sollen, es sei im heiligen Ehestand oder als Ledige. Frage 109 Verbietet Gott in diesem Gebot nichts mehr als Ehebruch und ähnliche Schandtaten? Antwort Weil beide, unser Leib und unsere Seele, Tempel des heiligen Geistes sind, so will er, dass wir sie beide sauber und heilig bewahren. Er verbietet deshalb alle unkeuschen Taten, Gebärden, Worte, Gedanken, Lust und was den Menschen dazu reizen mag. Frage 110 Was verbietet Gott im achten Gebot? Antwort Er verbietet nicht allein den Diebstahl und Räuberei, die die Obrigkeit straft, sondern Gott nennt auch Diebstahl alle bösen Stücke und Anschläge, mit denen wir unseres Nächsten Gut an uns zu bringen gedenken. Es sei mit Gewalt oder unter dem Deckmantel des Rechts, wie zum Beispiel falschem Gewicht, Elle, Maß, Ware, Münze, Wucher oder durch irgendein Mittel, das von Gott verboten ist. Dazu verbietet er auch allen Geiz und unnütze Verschwendung seiner Gaben. Frage 111 Was gebietet dir aber Gott in diesem Gebot? Antwort Dass ich den Nutzen meines Nächsten, wo ich kann, fördere, gegen ihn so handle, wie ich möchte, dass man an mir handelt und treu arbeite, damit ich dem Bedürftigen in seiner Not helfen kann. Frage 112 Was will das neunte Gebot? Antwort Dass ich wieder niemand falsches Zeugnis gebe, niemandes Worte verkehre, kein Nachredner und Lästerer sei, niemand ungehört und leicht verdammen helfe, sondern alle Lüge und Betrug als Eigenwerke des Teufels bei schwerem Gottes Zorn vermeide, in Gerichts und allen anderen Handlungen die Wahrheit liebe, aufrichtig sage und bekenne, sowie meines Nächsten Ehre und Ruf nach meinem Vermögen rette und fördere. Frage 113 Was will das zehnte Gebot? Antwort Dass auch die geringste Lust oder Gedanken wieder irgendein Gebot Gottes unter keinen Umständen in unser Herz kommen soll, sondern wir für und für von ganzem Herzen aller Sünde Feind sind und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Frage 114 Können aber die, die zu Gott bekehrt sind, die Gebote vollkommen halten? Antwort Nein Sondern es haben auch die Allerheiligsten, solange sie in diesem Leben sind, nur einen geringen Anfang dieses Gehorsams. Doch es soll so sein, dass sie mit einem ernsten Vorsatz nicht allein nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes anfangen zu leben. Frage 115 Warum lässt uns denn Gott so scharf die zehn Gebote predigen, wenn sie in diesem Leben niemand halten kann? Antwort Erstens, damit wir unser ganzes Leben lang unsere sündige Art immer mehr erkennen und umso begieriger die Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit in Christus suchen. Zum anderen, damit wir uns ohne Unterlass befleißigen und Gott bitten, er möge die Gnade des Heiligen Geistes geben, damit wir mehr und mehr zu dem Ebenbild Gottes erneuert werden, bis wir das Ziel der Vollkommenheit nach diesem Leben erreichen. Zwölfter Teil vom Gebet Frage 116 Warum ist das Gebet für den Christen nötig? Antwort Weil es das vornehmste Stück der Dankbarkeit ist, welche Gott von uns fordert und weil Gott seine Gnade und Heiligen Geist alleine denen geben will, die ihn mit herzlichen Seufzen ohne Unterlass darum bitten und ihm dafür danken. Frage 117 Was gehört zu einem solchen Gebet, dass Gott gefällt und von ihm erhört wird? Antwort Erstens Dass wir allein den einzigen wahren Gott, der sich uns in seinem Wort geoffenbart hat, um alles, was er uns zu bitten befohlen hat, von Herzen anrufen. Zum anderen Dass wir unsere Not und unser Elend recht gründlich erkennen, um uns vor dem Angesicht seiner Majestät zu demütigen. Zum Dritten Dass wir diesen festen Grund haben, dass er unser Gebet unbedacht dessen, dass wir unwürdig sind, doch um das Herrn Christi willen sicher erhören will, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Frage 118 Was hat uns Gott befohlen, von ihm zu bitten? Antwort Alle geistliche und leibliche Not durft, die der Herr Christus in dem Gebet, das er uns selbst gelehrt hat, zusammengefasst hat. Frage 119 Wie lautet dieses Gebet? Antwort Unser Vater, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Frage 120 Warum hat uns Christus befohlen, Gott so anzureden, unser Vater? Antwort Damit er gleich im Anfang unseres Gebetes in uns die kindliche Furcht und Zuversicht gegen Gott erwecke, nämlich, dass Gott unser Vater durch Christus geworden ist und uns deshalb viel weniger verweigere, worum wir ihn im Glauben bitten, als unsere Väter uns irdische Dinge verweigern. Frage 121 Warum wird hinzugefügt, der du bist in den Himmeln? Antwort Damit wir von der himmlischen Majestät Gottes nicht irdisch denken und von seiner Allmacht alle Notdurf des Leibes und der Seele erwarten. Frage 122 Was ist die erste Bitte? Antwort Geheiligt werde dein Name. Das heißt, gib uns, dass wir dich recht erkennen und dich in allen deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten, heiligen, rühmen und preisen. Gib uns auch, dass wir unser ganzes Leben, Gedanken, Worte und Werke danach ausrichten, dass dein Name um unsretwillen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Frage 123 Was ist die zweite Bitte? Antwort Zu uns komme dein Reich. Das heißt, regiere uns durch dein Wort und deinen Geist, damit wir uns dir je länger, je mehr unterwerfen. Erhalte und mehre deine Kirche und zerstöre die Werke des Teufels und alle Gewalt, die sich wieder dich erhebt und alle bösen Ratschläge, die wieder dein heiliges Wort erdacht werden, bis die Vollkommenheit deines Reiches herzukomme, indem du alles in allen sein wirst. Frage 124 Was ist die dritte Bitte? Antwort Dein Wille Das heißt, Verleihe, dass wir und alle Menschen unserem eigenen Willen absagen und deinem allein guten Willen ohne alles widersprechen gehorchen, damit jedermann sein Amt und seinen Beruf so willig und getreu ausrichte wie die Engel im Himmel. Auf wen beziehen sich die ersten drei Bitten? Sie beziehen sich auf Gott und seine Verherrlichung. Frage 125 Was ist die vierte Bitte? Antwort Unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, du willst uns mit aller leiblichen Notdurft versorgen, damit wir dadurch erkennen, dass du der einzige Ursprung alles Guten bist und dass ohne deinen Segen weder unsere Sorgen und Arbeit noch deine Gaben gedeihen und damit wir deshalb unser Vertrauen von allen Kreaturen abziehen und allein auf dich setzen. Auf wen beziehen sich die letzten drei Bitten? Sie beziehen sich auf uns, das ist unsere Notdurft an Leib und Seele. Frage 126 Was ist die fünfte Bitte? Antwort Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist, du mögest uns armen Sündern, alle unsere Missetat, auch das Böse, das uns noch immer anhängt, um des Blutes Christi willen nicht zurechnen, wie wir ja auch das Zeugnis deiner Gnade in uns finden, damit unser ganzer Vorsatz ist, unserem Nächsten von Herzen zu verzeihen. Frage 127 Was ist die sechste Bitte? Antwort Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, weil wir aus uns selbst so schwach sind, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können und dazu unsere abgesagten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch nicht aufhören, uns anzufechten, mögest du uns erhalten und stärken durch die Kraft deines Heiligen Geistes, damit wir ihnen festen Widerstand leisten und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den vollkommenen Sieg erreichen. Frage 128 Wie beendest du dieses Gebet? Antwort Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das heißt, dies alles bitten wir von dir, da du als unser König und aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werden soll. Frage 129 Was bedeutet das Wort Amen? Antwort Amen heißt, das soll wahr und gewiss sein, denn mein Gebet ist viel gewisser von Gott erhört, als ich in meinem Herzen fühle, dass ich solches von ihm begehre. Begehre hat Erhört, wie erhört. Vielen Dank.